Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen ein bisschen verspätet an diesem Dienstag, dem 4. April, genau, dem 21.04.2020 mit der Geek Talk Daily 806. Heute habe ich die folgenden Themen Google Pay, Apple Pay, Today at Apple at Home, Händewaschen und WWDC. Ich beginne gleich mal mit Google Pay. Der Dienst hat ja doch schon einige Jahre auf dem Buckel und ist in einem oder anderen Land auch schon verfügbar, wie in Deutschland zum Beispiel. Österreich bin ich mir gar nicht ganz sicher. Bei uns in der Schweiz leider immer noch nicht. Da kriegt Google eigentlich einfach nicht auf die Reihe, gewisse seiner eigenen Produkte auszurollen. Aber ja, was soll es? Leider nicht. Nur über Umwege. Da kommt schon das nächste Gerücht um den Ecken. Apple ist ja schon länger unterwegs mit der Apple Card. Das ist eine Apple eigene Kreditkarte, wo man Payback-Geschichten bekommt und sonst noch ein paar coole Features mit drin hat. Und ja, jetzt macht Google das auch, zumindest was die Gerüchte besagen. Und die sind ja meistens nicht ganz so verkehrt. Google soll anscheinend an der Google Card arbeiten, um noch mehr Daten dem Nutzer noch mehr Nutzen zu bringen. Ja, genau. Kann man machen. Dürfen wir gespannt sein. Wird wahrscheinlich wieder eine American-Only-Geschichte werden zu Beginn. Und mal schauen. Die Google I.O. ist ja nicht mehr weit weg, wenn sie dann stattfindet in virtueller Form. Gehe ich mal stark davon aus. Und dann werden wir vielleicht schon mehr davon hören. Gleichzeitig gibt es auch Neuigkeiten zu Apple Pay. Dann in Europa haben ein Dutzend neue Banken gestartet. In Frankreich ist das die App. In Norwegen sind es verschiedene Banken, wie die Fana Sperre Bank. Genau, Spanisch, wenn es Norwegisch sollte man können und so weiter. Ist auch in Österreich. In Frankreich hat es unter anderem Transferwise, wie auch bei uns in der Schweiz, in Deutschland und ein paar andere Länder gestartet. Und auch sonst eine komplette Liste findet ihr wie immer bei uns in der daily.geektalk.ch, da verlinkt zum Nachlesen. Weiter geht es mit Today at Apple. Das ist so eine Geschichte, wo man sich normalerweise in den Apple-Stores weiterbilden lassen kann. Da wird man geschult auf Apps, auf Dienste etc. Natürlich allesamt Apple-Dienste und wie man fotografiert mit dem Smartphone etc. Kann man aber vielfach auch auf andere Smartphones anwenden. Und das Ganze macht Apple jetzt auch at home. Nämlich Today at Home oder Today at Apple at Home. Und da gibt es jetzt eine neue Session mit GarageBand, wie man da aus der Küche heraus den nächsten Hausschlager, Hausschlager, genau Haus, heute ist kein guter Tag, der nächste Haus-Klassiker schreibt oder produziert. Und wie man das macht, das könnt ihr da nachlesen. Respektive ich habe einen Blogpost dazu gemacht. Und da könnt ihr euch ein bisschen einlesen und dann das Video bei Apple anschauen gehen. Finde ich cool gemacht. Und werde ich mit meinen Mädels auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann gibt es, nachdem der Achim ja in der letzten Woche schon davon berichtet hat, dass Google auf seinen Smartwatches ein Update ausgerollt hat mit dem Hinweis auf Händewaschen, dem mehrmaligen Hinweis pro Tag auf Händewaschen, hat jetzt Samsung nachgebessert. Zum einen gibt es jetzt ein paar neue Möglichkeiten, was das Thema Pulsmessung hat, aber auch eben eine kleine süße App. Handwash nennt sich das Ganze. Ist für die ganzen Tysons Wearables gedacht und bringt euch eben eine Erinnerung, dass ihr regelmässig eure Hände putzt. Dann geht es weiter noch mit dem letzten Thema. Ich hatte vorher schon von Google I.O. Apple hat gestern Nacht E-Mails verschickt. Ich habe auch eins bekommen, wie jeder eingetragene Entwickler, dass die WWDC dieses Jahr online stattfinden wird und sie laden dazu ein. Wer möchte, ich werde auf jeden Fall ein bisschen reinschauen, bin extrem gespannt, wie sie es machen und schlussendlich auch umsetzen werden. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören, euch noch einen guten und erfolgreichen Tag und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.